Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr daraus wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Daniel Elfadli, auf einmal Thema bei Werder. Eigentlich nichts Neues, dass Werder und der HSV Transfergerüchte haben. Das haben wir schon häufig in den letzten Wochen, Monaten gehört gehabt. Es kamen immer wieder Spieler eigentlich rein. Werder, boah, an wen waren wir alles interessiert? An Glatzel, an Laszlo Benic, an den verschiedensten U23-Spielern, wovon wir auch zwei oder drei, glaube ich, mittlerweile geholt haben. Und ja, also ihr seht schon, diese Verbindung gibt es jetzt schon was länger. Diesmal ist es aber ein ganz anderer Spieler. Und zwar Daniel Elfadli soll wohl das Interesse von unter anderem auch Werder Bremen geweckt haben. Wir sprechen jetzt in diesem Video darüber. Transferquelle werde ich euch unten verlinken. Ihr könnt mir gerne einen Gefallen tun, indem ihr direkt einen Däumchen da oben da lasst. Vielleicht schaffen wir die 500, 600 Likes auch diesmal. Gerne auch ein Abo da lassen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, für euch alles ein kleiner Klick. Hier ein riesen Support auf dem Kanal. Und dann kümmern wir uns mal um das Transfergerücht, was eben reingekommen ist. Auch die Deichstube, die Kreiszeitung, Sportbild haben alle darüber berichtet. Die Ursprungsquelle ist, glaube ich, auch die Sportbild, so wie ich das jetzt richtig durchgelesen habe. Und es geht um diesen Spieler hier. Daniel Elfadli, 27 Jahre jung, 1,88 groß, Hauptposition im defensiven Mittelfeld. 1,5 Millionen Marktwert hat er gerade. Und seine Vertragslaufzeit ist nicht bekannt. Allerdings ist bekannt, dass es wohl sehr, sehr schwer für den HSV werden würde, wenn man es wieder nicht schafft, aufzusteigen, Daniel Elfadli zu halten. Zehn von elf möglichen Spielen hat er gemacht. Zwei Tore und eine Torvorlage erzielt. Seine Hauptposition ist das defensive Mittelfeld, defensives, zentrales Mittelfeld. Und sein höchster Marktwert ist der genannte mit 1,5 Millionen. Übrigens, auch hier stehen wir mittlerweile jetzt schon drin. Es ist, wie gesagt, gerade eben auch erst reingekommen. Im Sommer zahlte der HSV noch 800.000 Euro an Ablöse für Daniel Elfadli an Magdeburg. Und damit hat Daniel Elfadli den nächsten Karriere- oder den größten Karriere-Sprung in seiner Karriere gemacht. Wir sehen auch hier jetzt, in der zweiten Bundesliga hat er 63 Spiele gemacht. Fünf Tore, eine Vorlage in der Oberliga, sonst eben nur gespielt. Regionalliga, Württemberg, Württemberg-Pokal etc. pp. Also der HSV ist seine, ja, ich sag mal, höchste Station, auch wenn er mit Magdeburg schon in der zweiten Liga gespielt hat. Hat er 56 Spiele gemacht für Magdeburg, drei Tore und eine Vorlage. Ihr seht auch, dass er sehr flexibel einsetzbar ist, auf verschiedensten Positionen eingesetzt wird. Hier muss natürlich, muss man immer gucken, okay, wo würde er bei uns reinpassen. Das machen wir jetzt auch gleich. Will ich übrigens zukünftig allgemein bei Transfergerüchten machen, dass wir immer auch gucken, okay, für wen wäre der Spieler überhaupt was. Also für welche Positionen, wo könnten wir ihn da und da einsetzen. Und macht das wirklich Sinn? Das ist auch die große Frage. Im Winter ist natürlich das nochmal eine andere Story. Weil, wenn wir im Winter darüber reden würden, eine weitere Verstärkung für das zentrale, zentrale Defensive im Mittelfeld zu holen, die vielleicht relativ kostengünstig auch ist, also Zweitliga-Verhältnisse mäßig, dann würde ich sagen, macht das total viel Sinn, weil wir eigentlich in der Breite nicht so gut besetzt sind im zentralen Mittelfeld, zentralen Defensive im Mittelfeld. Wenn Senne und Stey irgendwie was haben, verletzt sind, gesperrt sind oder was auch immer, gibt es eigentlich fast schon nur Notlösungen mit Leo. Leo ist für mich eine Notlösung, der das sehr gut macht. Auch von seiner Einsatzbereitschaft, aber auch gerade nach vorne, ja, sind einfach viele Defizite auch mit dabei. Er ist einfach, und dazu auch noch Topverdiener, also eher jemand, den du über kurz oder lang streichen müsstest. Und Skelly Alvero, muss man sagen, ist leider noch nicht der Spieler, den wir uns alle erhofft haben, der diese Position einnimmt. Das heißt, Bedarf haben wir auf dieser Position, absolut. Aber, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen einen gestandenen Spieler holen, und das bist du, wenn du mit 27 hier stehst, also 27 Jahre sein El Fadli und das Transfergerücht und auch die Artikel, die geschrieben worden sind, die beziehen sich überwiegend darauf, ihn im Sommer, also wenn der HSV nicht aufsteigt, dass man im Sommer ihn nicht halten könnte und dass da eben Werder zum Beispiel interessiert wäre. Da ist für mich, ganz offen und ehrlich, eher die Meinung, dass ich sage, boah, ey, im Sommer Daniel El Fadli in 27, also einen gestandenen Profi zu holen, da bin ich schon bei drei, vier, fünf, sechs anderen Kandidaten, die, finde ich, alle besser passen und besser sind als Daniel El Fadli. Jetzt ist die große Frage, was willst du? Wenn du mit Daniel El Fadli sagst, du holst den einfach für die Kaderbreite, also einen dazu, den du dazu holst, um eine weitere Option zu haben und der ist vielleicht kostengünstig, dann kann man das machen. Ich glaube auch nicht, dass der sonderlich viel Gehalt schluckt etc. Und das ist ein Typ, der auf jeden Fall Gas geben würde. Das auf jeden Fall, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Aber es ist für mich ganz, ganz klar, auch nochmal ganz wichtig, eigentlich wäre im Winter hier schon auch Bedarf derzeit, dort was zu machen, vor allen Dingen, weil wir auch ganz oft Isak dort mit hinzugezählt haben, Isak Hansen, wenn der auch noch verliehen wird, dann erst recht, also du musst eigentlich eher da, wir haben einige Positionen, wo du was machen könntest, aber gerade auch da kannst du definitiv im Kader dich verstärken, verbessern. Hier bei der Kaderbreite, wenn man sich das jetzt mal anguckt, für den Sommer, sage ich mal, das ist jetzt mal eine voraussichtliche Top-Aufstellung. Es gibt auch ein, zwei Positionen, die könnten sich im Laufe der Saison nochmal verändern oder ja, dort könnten andere Spieler vielleicht reinrutschen, aber nehmen wir einfach mal diese Elf gerade als so, wir brauchen ja irgendeine Linie, an der wir uns jetzt messen können. Wenn wir jetzt hier sagen, wenn wir in dieser Formation auch bleiben, mit dieser Doppelzehn, dann ist Daniel Effertli für mich kein Kandidat für hier, kein Kandidat für hier, er, wenn dann nur für hier. Also er kommt wirklich nur für diese zwei Positionen in Frage. Für mich aus dieser Perspektive sollte sich das Ganze wieder ändern, dass wir so spielen, so, müssen wir noch kurz rumrotieren, dann wäre Daniel Effertli tatsächlich sehr interessant, weil er diese drei Positionen sozusagen bekleiden könnte, also für alle drei Positionen in Frage kommen würde. Das heißt, du hättest halt einen Mehrwert-Backup sozusagen. Aber, und das sage ich auch, die drei hier wären hundertprozentig vor ihm und eigentlich, und da kommen wir zu meinem Schlüsselpunkt, was ich auch am Anfang schon mal gesagt habe, wie gesagt, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, die Frage ist immer, was willst du? Daniel Effertli als Breitenspieler, als Kader, der den Kader mit auffüllt, eine weitere Option für den Kader, ja, Kandidat auf jeden Fall, aber, wenn wir jetzt darüber reden, über Weiterentwicklung, wir wollen ja eigentlich Step by Step höher kommen, wir wollen auch höhere Ziele erreichen, wir möchten ja auch gerne im Windschatten, guck mal wieder, das ist doch nicht normal, ne, die Lampe hat so einen weg, das ist, sorry an der Stelle nochmal, da müssen wir natürlich auch qualitativ bessere Neuzugänge holen und das dürfte auch jedem klar sein und da ist für mich Daniel Effertli nicht der richtige Weg, das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Wenn wir über den Sommer reden, also wirklich für den Sommer erst reden, dann ist für mich persönlich, aus der Perspektive, gibt es anderes, besseres Spielermaterial, wo uns Spieler wirklich verbessern, die auch einen gewissen Mehrwert haben, als in Daniel Effertli, wo die höchste Station in der zweiten Liga war, bei Magdeburg und beim HSV und dann eben aber auch 28 Jahre alt ist, also wenn ich einen 28-Jährigen hole, dann hole ich den als gestandenen Profi, als jemand, wo ich sage, das ist eine Sofortverstärkung. Wenn ich Spieler holen möchte, die noch mehr Potenzial haben, dann gehe ich eher ein Regal jünger, da gibt es einfach auch interessante Spieler, die mehr Weiterentwicklungspotenzial auch haben und versuche da einen gesunden Mix herzustellen. Deswegen sage ich ja, wenn du wirklich sagst, wir wollen den Kader auf jeden Fall verbessern, um unsere Ziele zu erreichen, dann macht natürlich ein Daniel Effertli in diesem Moment nicht so viel Sinn. Wenn du aber sagst, Daniel Effertli als weiteren Kaderkandidat, um aufzufüllen, dann kannst du es machen. So wäre jetzt zumindest mal meine Einschätzung in diesem Transferinteresse. Man muss auch sagen, dass auch weitere Bundesligisten an Daniel Effertli wohl interessiert sind, unter anderem wohl auch Union Berlin. Ich glaube, Mainz hatte ich auch gelesen, aber wie gesagt, ist für mich ein interessanter Spieler per se, aber ich sehe ihn nicht als Startelfspieler, also als jemand, der einen aus unserer Startelf gerade verdrängen könnte und auch nicht als qualitative so viel Stärkung, dass du sagst, ja, weil wir wollen ja jetzt die nächsten Ziele erreichen, das ist unser Mann dafür. Könnt ihr ja gerne mal eure Meinung reinschreiben. Wie seht ihr Daniel Effertli? Und vor allen Dingen, wie seht ihr dieses ganze Transfergerücht? Was mich aber auch interessieren würde, ist, was findet ihr denn wirklich interessante Transferalternativen? Denn das wäre ja auch spannend, wenn wir hier auf der einen Seite Daniel Effertli jetzt als Transfergerücht haben und auf der anderen Seite vielleicht mal ein Video machen, die Tage, wo wir sagen, ey, ist ja eh bald auch wieder Länderspielpause, ey, das und das und das wären aber wirklich interessante Transferkandidaten, vielleicht auch auf der Position, auch gerne auf anderer Position. Schreibt diese gerne mal unten rein, lasst gerne nochmal ein Däumchen da oben da, würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, für euch ein kleiner Klick hier, ein riesen Support. Und wenn ihr mögt, schaut gerne bei meinem Zweitkanal vorbei. Dort werde ich am Wochenende auf jeden Fall auch wieder Bremen Vlogs aufnehmen. Ich habe gerade eben die Unterkunft gebucht, bin also ab Freitag wieder in Bremen und ja, könnt ihr euch ja hier gerne mal so durchstöbern. Rollotest zum Beispiel in Bremen oder München-Gladbach, jetzt auf der Auswärtstour oder Köln-Kolbstraße, wie auch immer oder auch 2200 Meter hoch mit Werder-Trikot. Ich glaube, da gibt es einige coole Videos mittlerweile auf dem Zweitkanal, die ihr euch reinziehen könnt. Ich bin jetzt erstmal raus, euer Niko und ich sage Ciao, ciao.